Ja, natürlich hat jeder versucht, irgendwo so eine gute Stimmung aufrechtzuerhalten, einfach, ja, es war ein Geburtstag von Markus Bauer und jeder wollte ihm halt gratulieren und wollte ihm auch den Geburtstag nicht vermiesen, aber selbst da konnte ich nicht aus mir rauskommen, ich hab mich da zurückgezogen, hab dann konnte er dann auch nicht irgendwie mit dem Bier anstoßen, weil ich gesagt hab, okay, wir haben heute ein Spiel verloren, das war ein sehr wichtiges Spiel und, ja, ist mir ein bisschen schwer gefallen. Jetzt machen wir alle noch ein anderes Gesicht, dann geht's noch besser, gell? Das wär super. Auf zum Wohl. Auf viele Punkte, die noch kommen, gell? Prost. Thank you.